Ich bin ein Politiker. Und ich bin eine Bewegerin. Können wir es kurz machen? Ich muss gleich los. Wohin geht es denn? Nach Wolfsburg. Und was machen Sie in Wolfsburg? Aufsichtsrat. Kleiner Nebenjob. Und wie lässt sich das mit Ihrer Arbeit vereinbaren? Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen.